Und damit ein wunderschönes Willkommen zu Let's Zurück Play Minecraft. Irgendwie, man hört es auf, dann fängt man es wieder an. Wir haben Standard Minecraft mit nur ein paar ähnlichen Sachen. Wie Storage, ich nenne es immer Storage Wars. Dann ein Shatter drauf und andere Texturen. Möchten wir mal schauen, wie das aussieht. Pain hat ihren eigenen Skin erstellt. Mich könnt ihr, glaube ich, auch sehen mit F5, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, ich wäre Kameltreiber hier wahrscheinlich. Ich wäre ein Kuhtreiber, die steht auf dich, die Kuh hinter dir. Hinter dir. Hallo zusammen. Ja gut, fangen wir an, suchen wir uns einen Platz oder fangen wir hier an oder was auch immer. Hast du eigentlich mal eine Kiste gesehen? Ja, hier unten. Wie hat man Kisten aufgemacht? Ich weiß es nicht mehr. Nee. Mit Rechtsklick. Ach, stimmt, ja. Oh geil, was Holzspitze, Holzrax. Das ist ja doof hier. Ich habe aber Ding schon angemacht, ne? Mit Keep Inventory True. Das ist gut. Und Essen verliert man auch nicht, oder? Nee, Essen verliert man. Damit muss er leben. Die Spitzhacke, was du da hast, sieht voll lustig aus. Ich mag auch einen, ne? Wie geht so ein Holzding? Du weißt es noch. Nein, nee, weiß ich nicht mehr. Aber warte mal, die Musik ist so laut. Der Wahnsinn. Weißt du schon noch? Mann, du bist Minecraft-Profi. Nee, ich bin voll, ich will die ganze mit E aufheben. Ich bin voll Rising World gewohnt. The Rising World gestört. Ja, wir sollten uns vielleicht erstmal einen schönen Platz suchen. Ja, aber ich will auch so eine Hacke. Ja, lass uns, dann müssen wir so einen, so einen, so einen, so einen Bautisch bauen. Bäng? Ja, hier oben auf dem Berg. Ah. Mal hier hinten vielleicht. Vielleicht können wir ja gleich hier bleiben. Stimmt. Sieht gar nicht so verkehrt aus hier. Das Porzellan-Sternchen. Bleiben, bleiben wir hier. Okay. Ich brauche... Ich kann da nicht so mithauen. Ich baue dir eins. Bei mich übrigens selber. Echt jetzt? Brauchen wir jetzt immer noch? Ich weiß nicht. Ja, ich bin jetzt immer noch. Manchmal. Mach nie Untertitel oder so an. Wieso? Dann steht rechts dran. Kuhmut. Kuhmut? Kuhmut. Wie bitte? Nein? Ja, wo geht? Wo geht? Dann die Bergbank aus. Nein, gib weg, das ist meins. Hast du irgendeinen Zukunftsmord installiert oder so? Ein Zukunftsmord? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist die Bergbank. Ich habe kein Zukunftsmord installiert. Okay. Was ist das denn? Ja. Und hier. Geil. Aber hier haben wir das Problem wieder, ne? Das geht kaputt, das Zeug. Und? So, und was machen wir jetzt als erstes? Ausbauen. Ich muss erst mal wieder ein bisschen zurecht gehen, ich komme gerade gar nicht klar. Also, ich muss wieder suchen, oder? Ich suche auch Holz, keine Sorge. Kannst du auch bauen. Du kannst dein Haus bauen diesmal, wenn du möchtest. Nein, weil das wird ein Dubai-Palast. Dann baue ein Dubai-Palast. Nein. 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 Hallo, Payne. Hallo. Man muss sich hier erst mal wieder auskennen. Ja, ich bin irgendwie voll... Voll überfordert. Ich drück die ganze Zeit die falschen Tassen, schmeiß meine Sachen weg. Ich weiß, was mir noch passiert. Will ich den E aufheben? Ja, da bist du selber schuld. Warum? Weil du das in Rising World so umgestellt hast. Ja, dann hätte ich mit F aufgehoben jetzt stattdessen. Ach ja, stimmt. Hier muss man ja nicht aufheben, gell? Ja. Einfach drüber hin. Das ist rote da hinten. Wo? Wo denn? Kürbis. Kürbis? Sieht ja nicht aus wie ein Kürbis. Doch. Muss ich mal gucken hier. Wie ging denn das? Rechtsklick? Ja, ja. Aber ich brauch so eine Spitzhacke oder so eine Schaufel oder so. Da musst du Stäbchen machen. Du musst das Holz in Bretter umwandeln und die Bretter musst du Stäbchen machen. Ah, Stock, oder? Ja. Und dann? Dann machst du zwei Stöcke und dann mit weiterem Holz tust du dann... Eine Holzhacke habe ich. Du musst das ein bisschen rumsetzen, dann kommt eine Schaufel rauskommen. Und... Waki voll überfordert. Aber voller gar nicht. Ich mochte das noch nie. Da warst du immer Profi drin. Ich nicht. Da ist eine Schaufel. Was brauch ich die Schaufel? Eigentlich? Kannst du Erde schaufeln. Dann? Du Erde. Damit kannst du schneller Erde schaufeln als mit den Händen. Jetzt habe ich alles weggeschmissen. Und was muss ich jetzt machen? Du machen möchtest. Nein? Ich mein... Wie geht denn das Inventar auf? In I. Ah. Also. Okay. Okay. Jetzt habe ich... eine Spitzhacke in der Hand. Ah. Da hinten ist ein Kürbis. Okay. Dunkel wird es. Mhm. Braucht man Fackeln. Oder so. Braucht man Kohle für Fackeln. Wie? Echt? Hm? Geht ja nicht einfach. Nee, nee. Du hast damals gesagt, Rising World ist komplex. Aber hier geht das Hacken ein bisschen schneller. Wie ein Dingsbums. Ich habe Hunger. Wieso verlierst du was? Ein bisschen. Nö, ich. Wie gefällt dir das Holz? Es läuft ganz gut. Du hast auf das Holz geguckt. Sieht aber genauso aus wie das. Was? Bestimmt's? Ja. Wir brauchen erstmal einen Unterschlupf. Der ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ich stelle dir 100 Steinen hier. Gott. So. Ja. Wie war es jetzt? Wie war es jetzt? Wie war es jetzt? Um die Untertitel ausmachen. Schritte. Liefer rechts unten machen wir gerade Schritte. Was haben wir von der Kuh? Ah. 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 Ah, was ist denn das da für einer? Du hast Zombies eigentlich. Wieso? Verschwinde. Ja, jetzt sollten wir dringend unser Haus bauen. Ich habe Angst. Kann ich, kann ich irgendwo, hast du, hast du bestimmte Dinge gebaut oder einfach? Eichen, Eichenholzbretter. Ist das das? Nein. Ist das nicht? Nein. Was ist das? Ah, Spinne. Wieso spinnt die? Was ist jetzt? Hier ist das, Marie. Kann man das irgendwie ausstehen? Ich mag keine Zombies. Ja, irgendwo machen wir Escape und Einstellungen. Äh, Optionen. Friedlich ist das, oder? Müsste friedlich sein, ja. Jetzt ist der Zombie weg, glaube ich. Okay, ich habe es für immer auch friedlich gesetzt. Okay, ich habe es für immer auch friedlich gesetzt. Nee, das ist mir zu doof, ganz ehrlich. Aber warum bin ich wieder bei vollem Essen? Ich habe gar nichts gegessen. Ja, aber ich verliere auch nichts. Ach, bestimmt, weil es friedlich ist jetzt. Könnte ich mir vorstellen. War da nicht irgendwas? Wir haben da gar nichts umstellen müssen. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wir bauen jetzt erstmal unser Haus. Brauchst du Holz? Ja. Hier? Ich weiß nicht, ob du das noch umwandeln kannst. Keine Ahnung. Kennst du dich? Nee, ich brauche Eichenholz. Da musst du auch Eichenbäume abhacken. Ach komm. Alles klar, sweetheart. Borgi, mach mal wieder das, was in jedem Survival-Spiel mag. Birkenholz. Das müsste richtig... Schürzelein. Ja? Meine Axt ist kaputt. Neue bauen. Ich baue dir eine. Da laufe ich schon als Scheich rum, verstehst du? Und dann sowas. Ja, aber eine Mietze-Katze soll das machen. Oh, Mietze-Katze, Mietze-Katze. Du musst das auch aufheben. Danke. Ah, noch eine. Jawohl. Noch eine. Ne, ne, mein Holz, mein Holz. Mann. Hab's ich? Ich glaube schon, aber ich brauche das. Das ist das falsche Holz. Hier, Birkenholzbrette. Aber du brauchst Eichenholz, hast du gesagt, gell? Ja, aber ich glaube, hier gibt's fast nicht Eichenholz. Ich weiß nicht, wie die Bäume hier anders ausschauen. Ah, dann hier, Birkenholz. Du brauchst aber Eichenholz. Ja, dann, dann... Oder? Ja, aber hier gibt's mehr Birke und keine Eiche. Ja, und warum schreist du mich an? Ja, stimmt. Hier gibt's jede Menge Birke. Dann, dann... Bau mir einfach mit Birke. Okay. Ich muss schon eine Axt hernehmen, gell? Weil da hab ich ja auch immer Probleme gehabt. Oder? Ich möchte mal sehen, wie du ein Baum fällst mit... Mit einer Hacke. Was kann man mit dem Kürbis machen? Hinstellen. Aber Kürbis kann man auch essen. Aber wir müssen ja eh nichts mehr essen. Gut. Aber die kamen ganz schön schnell, die Zombies da. Wart zuerst ab, bis es richtig dunkel ist. Da kommen die schnell. Mann. Aber, aber jetzt ist es aus. Für immer friedlich. Hab's extra aktiviert. Das kann man nie wieder rückgängig machen. Nie wieder. Ungeackert. Ausrüstung angelegt. Schritte. Ausrüstung angelegt. Ach, du hast... Jetzt haben wir... Deine Mode kaputt gegangen oder so? Ja. Ach so, du hast... Ach ja. Muss ich mehr besorgen, oder? Ich bin voll der... Weißt du, wie ich mich jetzt da nennen? Wo geht der Planlose? Echt? Na, nur Scheiße hier. Bei dir schon dunkel? Ich weiß nicht, was genau da dunkel ist. Bei mir ist zwar die Sonne weg, aber irgendwie so ganz dunkel wird's nicht. Vielleicht wegen dem Mond. Das kann sein, ja. Brauchst du noch Birkenholz, oder? Ja, ja. Wenn dir das zu blöd ist, kannst du voll ruhig auch das Haus bauen. Ich baue uns später einen schönen Bach. Was haben wir denn hier? Rosenstrauch. Aber da braucht man eine Schere, glaube ich, gell? Mhm. Stimmt, da war da irgendwas. Gartenschere, oder so. Mann, hier sind lauter... Wie haben wir damals die Kuh genannt, in Life in der Woods? Mhm. Die, wo dann ganz zum Schluss gestorben ist. Weiß schon, wie du meinst, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Hey, Bertha. Nee. Jedenfalls warst du stinksauer. Ja, weil du sie umgebracht hast. Du hast sie runtergeschubst. Ja, das war... Das habe ich mit Absicht gemacht. Nee. Brauchst du Holz? Ich habe Holz. Wie kann ich... Achso. Birkenholz war das, gell? Oder? Ja, ich glaube schon. Hier. Und hier. Dankeschön. Bitteschön. Jetzt muss ich mal anschauen, wie das mit dem Shatter, mit dem Wasser abläuft. Mann, ich bin voll überfordert. Oh, das mit dem Wasser ist vielleicht schon genial. Finde ich richtig. Das macht voll Bock. Was ist denn überhaupt hier? Hast du das hier zugepflanzt, wie da die Erde, oder? Boah, da draußen, da drüben? Ja, ja. Ja, weil da war ein Loch. Achso. Ich finde das voll krass. Hier in Rising World haben wir 20 Folgen gebraucht, um irgendwas abzubauen. Und du baust hier in einer nach der ganzen Haus. Schatzelon. Ja. Meine Axt ist kaputt. Aber ich habe noch eine. Gut, dass wir jetzt einen Laserdrucker haben. Jetzt müssen wir das unbedingt mal machen, das ganze Zeug drucken. Damit du... Das wird eine lustige Folge. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Wo sie sucht. Weiß nicht, das ist... Ach. Eigentlich ist es simpel, ne? Ja. Ja. Kennst mich doch. Ja. Also ich glaube, so richtig Nacht wird es nicht. Das scheint tatsächlich der Mond zu sein, weil da hinten geht jetzt die Sonne wieder auf. Finde ich aber auch nicht schlecht. Das muss nicht unbedingt die ganze Zeit dunkel sein. Fällt mir ganz gut, der Schädter hier. Du kommst mit deinem Haus auch ganz schön voran da. So mit unserem Haus. Ja, das ist bloß wieder so ein verrückergehendes Haus. Mhm. Aber es ist krass, was man aus der Engine eigentlich rausholen kann, ne? Was das Wunder betrifft. Geh mal nach weiter Holz sammeln. Mhm. Was ich vermisse. Mhm. Maustaste gedrückt halten und dann Platzchen. Ach, da musst du jeden Block einzeln setzen hier, gell? Ja, ich kann zwar rechts... Rechte Maustaste gedrückt halten, dann kann ich gleich eine ganze Reihe machen. Mhm. Aber ich verdrück mich da immer. Ich bin irgendwie nicht gebacken. Funktioniert nicht so ganz, ne? Mhm. Birkenholz oder Birkenholz oder... Du liebes Birkenholz. Was haben wir denn hier? So, ich habe ein Ei gefunden. Ein Ei. Keine Ahnung. Ich habe ein Ei gefunden. Au. Ist runtergeflogen. Mhm. Mhm. Da, 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 da. So, wo ist... Hast du schon eine Tür gebaut eigentlich? Na klar. Okay, dann kommen wir mal rein zu dir. Hallo. Hallo. Bain? 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 Borki? Mhm. Wie viele Frauen hast du? Eine. Dich. Mhm. Hoffentlich gibt es hier keine Kamele. Nee. Gut, dann machen wir hier die Tür zu. Sagen danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020